Wenn Wohnen nicht so teuer wäre. Ein bisschen Platz und Komfort ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Ein Musikzimmer wäre zum Beispiel das Mindeste. Und ein Fitnessraum wäre natürlich toll. Und ich hätte gerne ganz in der Nähe einen schönen Garten. Und eine große Küche. Dann könnte ich jeden Tag alle meine Freunde einladen. Der individuelle Wohnraumbedarf steigt trotz der Erschöpfung unserer natürlichen Ressourcen. So geht uns global bereits der Sand als essentieller Bestandteil vom Beton aus. Nutze, was du hast und teile es. Du kannst schöner wohnen, als du denkst.